Hä? Irgendwie ist da nichts hinter uns. Hi, mein Name ist Alex und wir spielen heute Schizophrenic Rooms. Anscheinend geht's nur darum, dass wir von der Arbeit wieder nach Hause wollen und das hoffentlich schaffen. Auf geht's. Vor einiger Zeit wurde ich mit Schizophrenie diagnostiziert. Damit wurde es für mich immer schwerer, die Arbeit zu verlassen. Und da liegt sogar unsere Diagnose. Sieht sehr offiziell aus. Ja, ja, ja. Mann, Mann, Mann. Man hat's nicht einfach im Leben. Hallo. Guten Tag. Wer sind Sie denn? Hi, mein Name ist Alex. Und wer bist du? Ah, irgendwie etwas unfreundlich. Naja. Wow. Okay. Das war etwas laut. Kein Ding. Vielleicht war das nur die Tür? Das war tatsächlich nur die Tür. Die hat bestimmt nur der Wind zugemacht. Hat die eben schon auf mich geguckt? Bestimmt. Bestimmt. Ja, ja, ja. Ohne Frage. Die hat mich eben schon angeguckt. Da ist nichts komisch dran. Nichts ist seltsam hier dran. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Hallo? Da geht's nicht lang. Natürlich. Wieso sollte es auch... Ha. Nicht lang gehen. Äh. Ha. Da geht's nicht durch. Okay. Stop it. Ruder drin. Verdammt auch mal. Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Das ist ein komischer Arbeitsweg, muss ich echt sagen. Wo... Wo arbeite ich eigentlich? Was ist das für ein Gebäude? Hallo? Oh Gott. Okay. Alles klar. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Das war unfreundlich. Und gemein. Dann... Steht die immer noch da? Ja. Okay. Na dann gehen wir weiter. Äh... Sind das Schritte? Ich glaub nicht. Äh... Hallo? Äh... Hey, Ladies. Ich... Äh... Geh hier einfach mal durch. Was habt ihr mit der... Was... Was habt ihr mit der Angestellt? Alter, die haben alle jemanden auseinandergenommen. Wie können die sowas tun? Ihre eigenen Leute auseinandernehmen. Mann, Mann, Mann. Hallo? Ist hier jemand? Rotes Licht. Das gefällt mir nicht. Äh... Okay. Hat sich erledigt. Waren nur Leute, die mich alle anstarren? Anstarren? Ja, ja. Alles gut. Ah! Hört auf, mir ins Ohr zu flüstern! Ah, okay. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen weiter. Da, 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 da. Ja, also ganz ehrlich, wenn das mein Arbeitsweg heim wäre, ja, dann wäre ich auch etwas nervös. Jedes Mal haben wir eigentlich irgendwas so wie eine Taschenlampe oder so. Sind das Augen? Das sind bestimmt keine Augen. La, die, da. Oh! Wenn man vom... Licht spricht. So, so, so. Immerhin haben wir eine Taschenlampe. Hallo? Oh, die Bilder hingen doch oben schon. Oh Gott! Okay. Mach das Ding doch bitte aus. Wir wollen doch Strom sparren. Okay. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Scars dabei. Da, da, da. La, die, da. Okay, hier geht's weiter. Ist das hier die Küche? Können wir mit irgendwas interagieren? Hallo? Nein? Sieht nicht so aus. Das ist die Kaffeeköche. Warum sollte ich denn rennen müssen? Öh. Öh, guck mal da. Muss ich denn schon rennen? Muss ich der Wand hinterher? Wand, bleib hier! Hä? Irgendwie ist da nichts hinter uns. Oh Gott, oder doch? Okay. Okay. Okay, warte, wir haben überlebt. Ha! Wir haben überlebt. Sehr gut. Weiter geht's. Na dann? Ach ja. Einfach nur ein Regal voller Puppenköpfe. Nicht schlecht. Aha, aha, aha. Hier rum. Ach ja. Da sitze ich auch gern. Hier sitze ich einfach manchmal. Ich kann mich zwar nicht hinsetzen. Aber hier sitze ich einfach manchmal. Ah! Okay. Er auf mich so zu bespähen. Stop it! Hallo? Ohne Witz, wenn das mein Arbeitsweg wäre... Uiuiui. Wäre ich auch schizophren. Lauf ihn. Hallo? Oha. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir Untergrund. Wie können wir eigentlich jetzt Untergrund sein? Sind wir überhaupt Untergrund? Das ist doch nicht Untergrund. Hallo? Ah! Okay, wir laufen einfach. Wir gucken gar nicht nach hinten. Oder doch, ich gucke nach hinten. Ich kann sogar rückwärts laufen. Nein! Stop it! Lauf! Lauf! Ah! Lauf! Ah! Oh, ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Ah! Ich kann nicht mehr laufen. Wo geht's lang? Hier lang? Hallo? Ah! Oh, da geht's lang! Da geht's raus! Nein! Lauf! Ah! Ah! Okay. Ach ja. Das haben wir uns anscheinend alles nur eingebildet. Okay. Und du? Hör auf! Ah! Stop it! Äh. Ah ja. Wunderschöne Paintings. Aha. Was gibt's denn hier alles? Eine Spieluhr? Oh. 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 Ist das ein Rätsel? Äh. Ein Rätsel? Äh. Eins ist gleich... Äh. 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 Vier. Neun. Äh. N. Minus sieben sind T. Acht. Vier. Äh. Lass mich nochmal die Uhr anschauen. Die tickt hier auch. Und du hör auf mich anzugucken währenddessen. Da ist ein Lichtschalter. Oh. Oh. Was war das denn? T. N. Umgedrehtes Y. Und D. Eine Mischung aus D. Okay. T. N. T. Äh. T. N. Y. Und warte. Ich mach das. T. S. T. Vier. Vier. Acht. Drei. Neun. Vier. Acht. Drei. Neun. Das wird doch passen. Vier. Acht. Drei. Neun. Rot heißt, dass es, dass, warte, was? Also. Vier. Eins. Drei. Neun. Ah ja. Vier. Eins. Drei. Neun. Haha. Ja, das haben wir gut gemacht. Muss ich da jetzt rein? Muss ich da echt rein? Äh. Äh. Entschuldigung. Könnten Sie bitte damit aufhören? Oh, es geht sogar nur nach unten. Yay. Ich stell mich mal hier. Gegenüber in die Ecke. Äh. Da passiert bestimmt nichts. Nein, nein. Fahren wir eigentlich schon? Bitte fahr. Ah. Hallo. Na, heute auch einen anstrengenden Tag auf der Arbeit gehabt. Aha. Aha. Ich war noch nie so gut in Smalltalk. Ich muss dann mal. Auf Wiedersehen. Die guckt eben sogar noch hinterher. So. Oh oh. Das sieht mir irgendwie aus, als sollte ich hier rennen. Äh. Solange wir nicht verfolgt werden, werde ich nicht rennen. Hallo? Äh. Okay. Das klingt nach Verfolgung. Ich sprinte einfach mal los. Oh je. Oh je. Warum kann ich denn nicht rennen? Oh oh. Da kommt irgendwas. Warte. Ja. 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 Äh. Lass mich raus. Lass mich raus. Nein. 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 Lass mich raus. Lass mich raus. Gleich hab ich's. Ja. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Warte. Was? Nein. Ah. 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 Man starb, nachdem er eine Herzattacke hatte, als er versuchte, seine Arbeit zu verlassen und er einen Ausbruch von Schizophrenie erlebte. Danke fürs Spielen. Ja, bitteschön. Das war... Ha. Also ich fand's cool. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Machen auf jeden Fall. Cool, wenn du bis hierhin zugesehen hast. Mein Name ist Alex und wir sehen uns beim nächsten Mal. Pass auf dich auf. Mach's gut.